Nein, 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 du hast uns umgebracht, ich habe uns nicht umgebracht, hey lass in den kleinen raum reingehen, anstatt wieder raus zu rennen, ich habe dich ja nicht gezwungen, du hast, du hast mich noch nie so enttäuscht, nicht mal zu mich einfach ersitzen lassen nach dem auftritt in der schule, wie ich im auftritt in der schule, wow, krass, sind wir in die gleiche klasse gegangen? Nee, du hast mich doch hingetragen und dann wolltest du zugucken, aber bist du einfach abgehauen, wie ich am tanzen war, so ist das, was war das für ein auftritt, hast du gestrickt? Deswegen warst du in der schule, ja, in der dritten Klasse, ja, ich weiß ja nicht, hör auf, meine Autorität zu untergraben, dann bist du endlich tot, solange du unter meinem Tisch wohnst, Menjel, hältst du dich an meine Regeln? Die haben gar keinen Tisch. Das stimmt. Doch, da! Aber der gehört nicht. Der eben.